Es braucht mehr Austausch zwischen Jung und Alp. Generationen verbinden. Wie geht das? Und das Generationen-Tandem schreibt jetzt zum ersten Mal einen grossen Generationen-Wettbewerb aus. Texte und Bilder kannst du bis 1. September 2016 einschicken. In beiden Kategorien gibt es drei Gewinnerinnen und Gewinner. Sie bekommen bis zu 500 Franken. Die besten Beiträge erscheinen auch gerade in der Sonderausgabe von UND. Mach mit und zeig uns, wie du die Generationen verbinden willst.